Ach komm Das ist jetzt eine Chance Ja Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Und vielleicht in der letzten Folge von Liga 7 Beziehungsweise letztes Spiel Dieses letzte Spiel Da könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern Das war einfach nur ekelhaft Ich kann es mir nicht vorstellen Ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel verloren habe Wirklich nicht Falls ihr das verpasst habt Schaut doch nochmal Schaut doch nochmal in der letzten Folge vorbei Das ist unglaublich Dass ich dieses Spiel verloren habe Das glaubt mir wirklich keiner Wir hatten 100.000.000 Chancen Haben aber keine einzige reingemacht Und wurden natürlich dementsprechend dann ordentlich bestraft Von Gegnern Die dann irgendwie 1-0 gemacht haben Der Fred hat sich schon wieder verletzt Das ist ein Wichser Der ist nur verletzt Come on ist jetzt auch richtig durchgelutscht Kann auch nicht mehr spielen Wenn wir hier den rechten Verteidiger, den Russen reinbringen Den Arnold werden wir auf die Bank bringen Weil die bringen ja auch nichts Wenn die irgendwie die kaputten Spieler und die verletzten Spieler auf der Bank sind Können wir dann eh nicht spielen So Und dann passt das soweit Ja Dann bin ich bereit für die nächste Runde Und wir suchen mal nach einem Gegner So FC Sebi Power Da ist er Der Gegner Ich bin mal gespannt Was der kann Ich versuche mich ein bisschen besser anzustellen Als in der letzten Folge Das war ja Das war ja nichts Freunde Also wir hatten Ungelogen Bestimmt 20 Großchancen Und wir haben nicht einmal das Ding reingebracht Das glaubt mir wirklich niemand Wenn ich spiele Ich sehe gerade Ich habe die Davi auf der falschen Position spielen lassen Das wollen wir natürlich auch nicht Gucken wir erstmal die Mannschaft von dem Herrn an Okay Sieht machbar aus Ähm Aber abwarten Die Mannschaft in der letzten Folge sah auch machbar aus Und dann haben wir so eine böse 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 1-0 Niederlage kassiert Wir brauchen hier in der Folge auf jeden Fall einen Sieg Damit wir den Titel holen Das wäre schon gut Ja dafür muss dann aber ein Sieg her So ich muss aber kurz mal Die Davi und Chilo Wogu Wechseln lassen Ich hoffe der ist nicht abgefuckt So Warum macht der denn Pause der Kollege Der muss auch mal selber zurückgehen der Trottel So was liebe ich ja Wenn die mal dann denken Was ist los Was ist los Was macht der da Und selber drücken die dann nicht zurück Und dann Checken die das nicht Das ist so Die können nicht platzen Wirklich Weil die zu dämlich sind Um auch einfach raus zu gehen Der wird ja nicht auf die Idee kommen Jetzt irgendwas da auszuwechseln Der ist einfach zu blöd Um selber aus diesem Menü raus zu gehen Da wette ich drum Freunde Da wette ich drum Wette ich drum Seht ihr Dann geht es auf einmal weiter Was ein Esel Was ein richtiger Trottel Oh Oh Okay Jetzt muss hier der Blux hinterher Spritzen Ja Ja der Torwart muss den haben Wollte ich gerade sagen Aber den kann er sich auch mal Festhalten der Kevin Oh Meine Gute Ich hab schon Böses geahnt Er ist gesagt Nein Wo spielt er hin Spielt dann statt auf die Tor Spielt auch Fabinho Und der verteilt den Ball Das ist Das fängt super an Freunde Das fängt wunderbar an Da ist er aufmerksam Und hat den Ball Klasse Wie kann man so dumm sein Also man sieht sofort Der kann nicht spielen Also ich kann ja Die große Schnauze haben Wirklich Aber ich finde Bei FIFA sieht man sofort Ob jemand spielen kann Spielmäßig Jetzt kriegt er den Ball nicht Was ist los dazu Was ist los mit dir Kollege Dann pfeift er noch Ich sehe schon Komm das läuft da wieder Aufs selbe Spiel Genauso wie in der letzten Folge Wo wir richtig gut waren Also unverschämt gut eigentlich Und dann so eine geile Klatsche kassieren Oh hat der aber Glück gehabt Dass der den nicht mitgenommen hat Borini Die passen dem Ball gut Aber jetzt wollen sie mal überraschend Wer ist denn da links außen Die will echt Kochballkore machen Kann ich wieder kotzen Ach nö Kollege Was macht der denn da Da ist doch niemand Ach Biabiani Nein Wie kommt der denn da durch Da krieg ich schon zu viel Wow Das meine ich Freunde Man mag vielleicht große Klappe Und dann passiert so eine Scheiße Keine schlechte Flanke Aber das löst er gut Das ist echt ekelhaft Wo ist der Neto Der lässt sich ja zu sehr nach hinten fallen Ach jetzt gibt er noch Freistoß Auch Kron Es gibt dann noch Geld wahrscheinlich Für Rüdiger Oder auch nicht Oder wir haben es einfach nicht gesehen I don't know Kann natürlich sein Dass er auch jetzt hier den 14er anspielt Weiß man nicht so genau Jetzt fängt er wieder an zu rumzufummeln Guckt euch die Scheiße doch mal an Und jetzt kommt der Freistoß Meine Güte Oh Mann Ich bin so fucking dumm Wirklich fucking dumm Guckt euch die Scheiße doch mal an Unfassbar Ich will den Titel holen Es gibt extra Punkte Aber was soll der Trapp da halten Er kann es eben auch mit Gefühl Pizza Wieder große Klappe gehabt Nach 20 Minuten klingelt es hier also zum ersten Mal Und jetzt Gibt es jetzt die Gelegenheit Wer war das Die Davi Obwohl der Ball auf links war Hat den trotzdem verzogen Das kennen wir ja schon wie gesagt aus der letzten Folge Wo wir 30 Millionen Chancen hatten Aber nicht einmal das Ding hinter die Latte Äh hinter die Latte Hinter die Lüge kriegen konnten Das war ein Armutszeugnis Das könnt ihr euch nicht vorstellen So jetzt müssen wir irgendwie hier klarkommen Der ist doch abseits So was liebe ich ja Er spielt ihn zurück Guter Doppelpass Mann, Mann, Mann Eto So Da ist doch die Davi Mit ihrer Passsicherheit Kontrollieren sie die Partie gerade Jetzt schießt er Nein Angedrehter Tor Erzählt Was kriegen wir denn für Torhüter in letzter Zeit Als Gegner Das sind doch keine Torhüter Das sind irgendwelche Maschinen Guckt euch das an Spielt den Ball Direkt zurück Wird das seine Torchance Er spielt den Steipers Nune To Und er schießt Er macht den Ball nicht rein Leute, Leute, Leute Wenn das jetzt die zweite Niederlage werden wird Dann raste ich aber wirklich mal fett aus Und der muss irgendwie Pause drücken Dieser Sack Ich weiß nicht warum Wir haben noch Drogba zur Not Und Dos Santos Ich weiß nicht warum ich nicht Dos Santos spielen lassen habe Ehrlich gesagt Wir werden Eto Noch mal die ganze Halbzeit noch eine Chance geben Und dann schauen wir mal Ja, wir schauen mal Vielleicht schießt er das Ding ja noch Aber 1-0 hinten Und pitter Wirklich pitter Der Gegner kann nix Und dann Das kennen wir ja zu gut Kennen wir zu gut Ist viel zu oft passiert Viel zu oft Aber warum der die Zeit immer runter spielt Da könnte ich platzen Sabonara Der Ball ist weg Gibt es jetzt einen Gegenangriff Ach komm Kann der nicht Ito normal anspielen Da leben, Junge Ach komm Da ist der Ausgleich, Leute Der läuft einfach durch Der Gegner greift nicht an Okay, nice Guckt euch das mal an Glück gehabt Dass ihn keiner angegriffen hat Aber sowas von verdient Sie haben ja also den Ausgleich geschafft 1-1 So Shiri, 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 Shiri Er lässt sich einfach fallen Und dann Ist die Sache erledigt Oder was Wie stellt er sich das vor Ich weiß ganz genau Wo sein Auto steht Also wirklich Mittlerweile weiß ich das So oft wie der uns betrogen hat Nicht so schlecht Aber sie können Ecke Was Ach Shiri Komm schon Ne, 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 ne Shiri Da hast du dich wieder vertan Mal wieder Oh mein Gott Da habe ich Glück gehabt Dass ich auf der Linie stand Mit dem Ball geklärt hab Und jetzt Auch nö Guckt euch das an Der Konter verpufft Das macht er gut Jetzt aber Oh mein Gott Das war Das war die Chance Aber leider Haben wir die Nicht wirklich nutzen können Egal Es geht wieder in die andere Richtung Gefällt mir Och komm Warum geht denn keiner hin Gila Wogi Leckt mich am Arsch Abgefälscht Ich gehe kaputt Ich verstehe nicht warum Da die Davi aber dann Trotzdem einen Vollsprint hinlegt Um da irgendwie An den Ball zu kommen Da könnte ich Könnte ich platzen Dass er sich dann Müde läuft Sozusagen Jetzt pfeift er noch Foul oder Ach Shiri Was ist denn los mit dir Hast du wieder zu viel gesoffen Shiri 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 Ey Was ist los mit dir Gut gemacht Pass auf Jetzt wo ich im Konter bin Christian komm steh auf Nach 45 Minuten Wir werden Dos Santos einwechseln Definitiv Eto hat ja mal gar nichts gezeigt In diesem Spiel Dann brauchen wir ein bisschen schnelleren Sturm Und dann müssen wir auch nochmal Auswechseln Fabinho Der kann nämlich auch nichts Dann werden wir mal Mané Vom Stuttgart raus Reinnehmen Und dann schauen wir mal Was die Halbzeit vor Beringt Beziehungsweise die zweite Halbzeit Ich bin gespannt So hält man auch rum Das war schlecht Fantastisch Jetzt gibt es eine Ecke Ich hasse Ecken Die sind immer so unglaublich gefährlich Vielleicht Da kann es immer so schnell scheppern Ungern Ecken Sehr ungern Okay Jetzt hat sich die da wieder Irgendwie Da verlieren sie den Ball Verschafft Aber Da gibt es einen Foul Und da gibt der Freistoß Mané So Dann gehen wir mal hier Über die Seite Und dann Doppel Das könnte die Chance werden Oh Schade Nein, nein, nein Bibi Entscheide schnell und richt Jetzt weiß Verstehe ich nicht Der Gegner hatte doch Vorteil Und dann spielt er mir in die Füße Warum kriegt er dann trotzdem Den Freistoß Das check ich nicht Das muss mir noch einer mal erklären Dann schreibt es deswegen mal in die Kommentare Was da eigentlich los ist Was das angeht Boah Das ist schlecht von mir Er lässt sich da nicht aufhalten Jetzt liegt es vor allem An den Kreativen Hier mal eine Idee zu entwickeln Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch So Ach komm Was war das denn, Kollege Der hat irgendwie den Ball vergessen Habt ihr das gesehen? Chance erst mal vorbei Der Spieler ist dazwischen gegangen Jetzt müssen sie aufpassen Nein, was war das denn für ein Pass, Kollege? Ich brauch ein Sieg, ey Es sah so aus, als kämen sie durch Aber jetzt ist der Ball weg Ach komm Ja, 2-0 Äh, 2-0 sah ich schon 2-1 Ich sah stark nach Abseits aus Aber ich hab noch mal zum Minionrichter geguckt So, wir müssen jetzt Ruhe bewahren Das zeige ich euch nämlich Wenn wir nämlich Ruhe bewahren Dann werden wir der Zing hier nämlich gewinnen Boah Schade Schade, schade, schade Wer auch immer das war auf der rechten Seite War das Bibiani? Oder haben wir den ausgewechselt mittlerweile? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Das ist natürlich schade Wirklich schade Dass die Chance nicht reingeht Da haben wir den Russen Oder wer auch immer das ist Ne, ich glaub das war nicht der Russen Giovanni das Santos Die Davi Nein Das fasst das 3-1 von die Davi Ah, das ist schade Schade, schade, schade Sag ich euch Wie gesagt, mir geht es ehrlich gesagt nur um den Titel Boah, der Russe Oder war das? Ich glaube ja War es ein knaller Schuss Schade, dass er nicht reingegangen ist Der verdient gewesen Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen Oh, wird abgefälscht Okay Gut, kein Problem Oh, guckt euch das an ey Das muss doch faul geben Der hält den Strafraum fest Gibt's doch nicht Oh, jetzt wird's aber ein bisschen gefährlich Gut, die Blockraum wuchs Nice Da versuchen sie es mit dem Doppelpass Oh, was macht er denn da, Kollege Defensiv machen sie's gut Kollege, was macht ihr denn hier, bitte Guter Pass, der kommt da an Das ist nicht normal Wie hält er den denn? Guckt euch den Esel an, wie der Aussage Wie konnte er den Ball denn halten, ey Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzer Oh, normale Wolf, ehrlich gesagt nicht viel Das ist sehr ausgeglichen Doch, guckt euch das an Jetzt kommt dann die oder was Oh, ich hab Glück, dass er nicht oben rumschießt Jeder, wo geht Sie müssen schneller spielen Dann könnten sie die Defensive überraschen Boah Der Titel ist für sie heute absolut drin, Buschi Shit Ich muss mal vielleicht noch ein bisschen Zurück gehen Bei Defensiv wollte ich jetzt eigentlich nicht Kollege, aber moment mal So, ich muss das Spiel hier ruhig ins Ziel bringen Eigentlich Keiner geht's hin Ich müsste echt mal jetzt wechseln Weil die sind alle Platz hier 84 Minute, Leute Oh Oh Glück gehabt, bis zum geht nicht mehr, Leute So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen Nein, der Ball wird so schlecht gespielt Ekelhaft Wirklich ekelhaft Okay So, es geht nochmal in die andere Richtung Das ist gut, bringt Zeit für uns Das ist nice Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Ah Zu weit gespielt, schade So, der Russe, ey Der Ball hat alles weg Er nimmt ihm den Ball ab Ich muss den Titel holen, Leute Ich muss den Titel Ich muss den Titel holen, ey Die sind aber alle platt Ich kann nicht Pause drücken Die sind alle platt Mit der vielleicht letzten Aktion Könnten sie hier noch den Ausgleich halten Okay, ja Nice Wir sind nice da, Leute Meister in der 7. Liga Nice, nice, nice Gefällt mir Gucken wir uns nochmal die Szene an Ich glaube Wir können leider die Szene nicht überspringen Die Davi Mann des Tages auf jeden Fall Mit zwei Toren Und ich glaube Einer Torfolge sogar Nice Nice, nice, nice Genial Gefällt mir Haha Wow Okay, da haben wir erstmal Fettmünzen abkassiert Saisonlohn 5.000 Münzen Nice Geil Ich freue mich, ey Hammer Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken Was die 6. Liga zu bieten hat Wir haben auf jeden Fall den Titel gewonnen Titel gewonnen Nice Oh Mann, ich freue mich Geil Jetzt haben wir erstmal fette 12.000 Münzen 7 absolvierte Saisons Und 4 gewonnenen Titel Ich denke, das kann sich sehen lassen Für einen FIFA-Anfänger Hätte ich jetzt gesagt Bei Ultimate Team Und Hammer Spiel, Freunde Ich freue mich auf die nächste Folge Und dann schauen wir uns erstmal an Welche Spiele wir denn so von den Münzen kaufen können Ja Bis zur nächsten Folge